Musik So, jetzt Challenge Nummer 5, äh, Challenge Nummer 5, American Gladiators. Die Teams treten gegeneinander an, als erstes Steve gegen Gifty, dann Willi gegen Andre. Was? Können wir? Das machen wir bei Wohlentschieden, ich bin vorbildlich geschraubt. Los! Welche Regeln sind denn da drauf? Runterschubsen. Darf ich mich auch runterschubsen lassen? Nein. Doch, darfst du. Ja, darfst du da rüberspringen? Nein. Darf ich die Stifte unterstützen? Nein. Darf ich das gleich springen? Nein. Bist du größer als ich? Nein. Nein, nein! Toll! Hunde Nummer 2, der erste Punkt gehen an Team. Sieh, Sonne! Also. Und los! Oh, scheiße. Alter, ihr fällt so schnell runter? Ja, es wäre los, ich werde nach hier. Fristikank? Ja, da kommt her. E? Ich... Achtung! Let it rip! Das ist unser Punkt, Willi, wenn du jetzt gewinnst. Festhalten! Damit! Wir haben einen Sieger. Und als kleine Bonus-Herausforderung haben die beiden Jungs hier gesagt gehabt, dass sie noch mal gegeneinander kämpfen wollen. Und damit geht der nächste Punkt an, Team Zrrrrrrrr. Los! Darf ich anklacken? Oh, doch! Was ist das Mund, ich hab's runterfallen! So sieht man einen männlichen anderen, einen männlichen Steve. André, Steve, du musst ihn anlocken, Jungs. Hast du Essen bei euch? Nein. Anlocken mit Schlagen und dann ausweichen und schubsen. Tritt ihn einfach gegen's Bein. Alter, lass mit Pullover gehen. Krall dich fest! Krall dich fest! Los! Ah, Steve trat zuerst! Die nächste Runde von Zork! Hallöchen Freunde der Sonne, willkommen zurück! Und mit dabei sind die üblichen Verdächtigen Steve, Willi, André und Gifty immer noch die gleichen Teams. Und heute spielen wir... Nicht! Lachen! Oh nein! Wir gucken einfach ganz normal und versuchen nicht zu lachen. Hier nichts mit grimmen, sondern... 3, 2, 1! Ok, glücklich mitglücklich mitglücklich mit ihnen. Sch platz! Ja, sieh das raus! Jetzt müssen wir nur in den Lied. Ja, ich kann sowas lieber nicht. War nicht lustig. Jo! Ich kann Adam verstehen. Adam, nein! Komm her! Was für Bewegung? Nee. Warum nehme ich lange hier? Kein Humor. Ja. Ahaha, Willis Blick! Der André ist raus! Ich finde das wirklich sehr unfair, wenn ich über die Leute lache. Weil sie lachen und nicht über das, was da ist. Wer ist raus? André ist raus? Ja. Er erinnert mich sozusagen Willi. Das muss echt sein, dass das ein ziemlich mieses ist. Wenn ihr halt der Nebensitzung lacht. Der ist halt... Doch, und Willi. Das ist Willi. Die Lacher! Die Lacher verschwimmen als ein Video. Willis Kotze! Das ist lustig! Oh Gott! Das ist nicht lustig zum Video. Das ist lustig! Das ist lustig! Jetzt kommt der Hund! WTF? Das ist lustig! Das ist lustig! Na komm Willi, wir wissen alle, dass du es willst! Das ist lustig! Wie dumm kann man eigentlich sein? So gehen wir auch mal mal rum! Ja! Nowhere... If we listen in deinem Bett... Das ist ein Schultz. Das ist ein Wettbewerb. Wirklich? Ja. Sehr gut. Das ist ein Wienkluski. 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 Oh, shit. Dreh mal! Vielen Dank. 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 Oh, no. 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 Oh, no.